Davon ist natürlich John Cale und unsere Zeitrechnung mittlerweile wirklich Lichtjahre entfernt. Deshalb eine kleine Rarität. Hier ist erstmal Sleeping in the Midday Sun 1975. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch ein kleines Bonbon für Sie. Das neue Video von Depeche Mode. Noch nicht mal als Tonträger veröffentlicht, aber bereits im Fernsehen zu bewundern. Wie wir alle wissen, hat ja Frontman David Gahan in der letzten Zeit weniger musikalisch als viel mehr chemisch von sich reden gemacht. Sprich, seine Experimentierfreudigkeit mit harten Drogen hat ihn letztes Jahr beinahe das Leben gekostet. Und so gerät der gleich folgende Clip zu einer regelrechten freudianischen Erfahrung. Die Kamera folgt einem offensichtlich von Verfolgungswahn geschüttelten David Gahan in die Abgründe seiner Seele. Aus der Farbe ins schwarz-weiße, morbide, aufgemalte Augenseen, düstere Endzeitvisionen, hohe Mauern, enge Tunnel. Sigmund hätte, wie gesagt, seine Freude daran. Cold Turkey, bestechend attraktiv ins Bild, gesetzt natürlich von Hoffotograf Anton Korbein und unterlegt mit dem typischen metallischen Depeche Mode Sound, der komischerweise noch immer zeitgemäß klingt. Hier ist Barrel of a Gun und wir sehen uns morgen dann mit Morphine. Bis dann, tschüss.